Ja, meine Freunde, willkommen zurück hier beim Display von The Mighty Quest for Epic Loot. Endlich habe ich es mal richtig gesagt und mir ist der Name eingefallen. Ja, und wir müssen hier gegen Grafs Nottingham kämpfen in der dritten Folge. Ich habe die dritte Folge schon mal aufgenommen, aber da hatten wir dann leider so ein tolles Problem, würde ich mal behaupten. Ich nehme auf, schön 16 Minuten lang und auf einmal, bam, Bild weg. Nur noch mal eine Stimme, also die nehme ich ja mit Outer City auch auf. Dann hatte ich nur noch das Tonband. Dann war, wie gesagt, das auf einmal weg. Also das Bild und so. Also wir haben Zweikämpfe, haben wir gewonnen und hier gegen Grafs Nottingham waren wir gerade dabei, als das Bild dann verschwand. Also tut mir leid, dass ihr die Kämpfe jetzt nicht seht, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ich gucke mal. Den setze ich mal nach da. So, okay. Und Grafs Nottingham. Angreifen. Diesmal übrigens wieder auf Deutsch, nicht so wie in der letzten Folge, aber das war ja auch nicht schlimm, würde ich mal behaupten. Let's go. Snoop LP greift Grafs Nottingham an. Wie seid ihr denn? Na komm, raff ihn doch an. Fängt ja schon schön an. Und diese Heiltränke haben wir leider auch nicht. Jetzt schlag doch. Und komm, du auch noch. Und komm, du auch noch. Und komm, du auch noch. So macht man das. Die Frosche sind einfach ganz süß. Aber trotzdem ist die ja weg. Den müssen wir so eben erledigen. Und der auch noch. Okay, und woher geht's jetzt? Hier? Nee, hier ist nichts. Hier, weiter. Okay. Gibt's doch gar nicht. Kann man sich nur so verirren. Okay. Jetzt vielleicht. Ja, hier geht's raus. Na, kommt doch ihr. Schön. So, jetzt die beiden hier noch. Mai. Das ist echt eine Steuerung, an die man sich echt noch gewöhnen muss. Aber wir sind ja auch erst in der dritten Folge. Oh. Komm jetzt hier auf die. Geh doch drauf. Oh, komm. Okay. Dann hätten wir die auch erledigt. Und weiter geht's. Oh, die sind auch immer... Die sehen stark aus, sind es aber auch gar nicht. Da haben wir ihn doch schon erledigt. Komm, was sind das denn da für Skolette? Okay. Okay, die lass ich ja jetzt einfach mal so liegen. Die kommen. Bei dem Spiel muss man sich wirklich konzentrieren, wenn man hier in so einem Kampf ist. Ach komm, geh doch... Was mache ich denn da? Ich komm immer drauf, immer. Ich geh jetzt rüber, mal guck mal unsere Lebensanzeige. Jetzt werden wir alles nur noch so gedämpft und so. Okay, das war's dann. Aber wir hatten hier auch keine Halltränke diesmal. Einfach nur schnell weiter. Mal gucken hier. Aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Einfach abzuhauen. Neuanfang. Neuanfang. Okay, da haben wir unseren ersten Kampf also verloren. Und wir brauchen wirklich diese Halltränke, sonst geht das einfach nicht. Ach so, jetzt hab ich auf einmal neun, ist klar. Aber ist ja gut, wenn ich neun hab, dann wird das ja was. So, dann der hier. Und der hier. Komm. Dann das Gold hier einsammeln. Und weiter geht's. Und ihr. Na, schlaf doch. Na, wir müssen ja noch weiter. Ich wollte schon da wieder abbiegen. So, jetzt ihr hier. Ah, warum läuft der denn nicht? Also die Steuerung ist wirklich noch so ein bisschen verbacken. Bin ich ja zumindest. Oh. Geht doch eigentlich. Dann müssen wir ihn so erledigen. Okay, und jetzt müssen wir dann ja wieder zurückgehen. Und dann wird's schwerer. Das hier war noch so eine Vorstufe eigentlich ganz leicht. Aber gleich wird's erstmal hart. Na, hier geht's jetzt auch noch. Guck mal, ich drück die ganze Zeit linke Maustaste und was macht der? Der läuft. Ich schaff's zu kämpfen. Und wenn man laufen will, dann kämpft der. Ja, komm. Und den hier noch. Was, jetzt haben wir keine Heiltränke mehr? Ist klar. Gerade hatten wir die doch noch. Ja, das kann ja dann wieder was geben. Kann ich eigentlich sofort schon wieder abbrechen den Kampfen. Oh, jetzt gehen die alle hinterher. Ich lauf einfach mal durch. Oh, das war nicht so schlau. Wo muss ich her? Hilfe! Ach, da vorne. Ach, da vorne. Komm, alle umhauen. Oh. So, komm. Alle umhauen. Warum haben wir denn keine? Ja, ist klar. Und dann wird das schon noch nicht mal pausiert. Warum habe ich diese Heiltränke denn nicht? Mann. Kann ich den Kampf ja jetzt vergessen. Ich kann ja gar nicht mehr schlagen. Oder kaum. Na? Verduft mach ich jetzt einfach. Machen wir natürlich hier. Nein, komm, mach mal. Flippungzahl. Und verlassen. Also, der Graf Snottingham, der ist wirklich stark. Warum haben wir denn hier? Ach so, wir müssen gegen den kämpfen. Frische Angriffe haben wir schon. Na, zurück. Na komm, ich glaub, in der nächsten Folge versuchen wir es nochmal, diesen Graf Snottingham zu besiegen. Leider haben wir ja auch keine Heiltränke. Das ist echt doof, aber... Was steht denn da? Seit 400... Stellt 400 Gesundheitspunkte wieder her. Du kannst während eines Angriffs maximal vier Tränke zu dir nehmen. Ja, und wir haben kein zu uns genommen. Das ist eine Verarsche. Können wir hier auch irgendwie wieder runtergehen? Nee. Na, jedenfalls, das war's mit der dritten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Morgen geht's dann wieder weiter mit der vierten Folge. Das wird jetzt erstmal bis zur zehnten Folge so gehen. Also bis Montag in einer Woche. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Ob wir immer noch gegen Graf Snottingham kämpfen müssen oder wie das ist. In der nächsten Folge, ob ich gerade gesehen, können wir das Schloss hier ja mal angreifen. Aber das in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.